So, als nächstes Gemüse in unserer schönen YouTube Reihe. Schauen wir uns mal ein bisschen die Zwiebel an. Auch Zwiebel wird oft nicht zu den klassischen Gemüse gezählt, aber Zwiebel ist viel mehr als einfach nur eine Würzzutat, die man in andere Gerichte mit dazu schmeißt. Zwei sehr simple, aber wie ich finde, mega leckere Rezepte. Wir machen einmal eine gefüllte Zwiebel, da sage ich gleich ein bisschen mehr dazu, und einmal machen wir gepickelte Zwiebeln. Das ist so ein Basis-Standard-Rezept, das ihr eigentlich immer vorbereitet schon im Kühlschrank haben solltet, weil es macht so viel Gerichtes, Sandwich und Co. auch mal eine Bowl etc. besser. Ich meine, letztendlich starten wir mal mit den Ofenzwiebeln, das dauert nämlich ein bisschen länger, also länger als das andere, relativ schnell erledigt. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Zwei große Gemüsezwiebeln, das ist wirklich wichtig, dass ihr große Zwiebeln nehmt, die einfach schälen, unten den Wurzelansatz ein bisschen dranlassen und dann zehn Minuten in gesalzenem Wasser kochen. Es geht darum, dass es erstmal ein bisschen Schärfe verliert und das Ganze aber innen auch weich wird, damit man es aushöhlen kann. Das Aushöhlen, das ist ein bisschen eine Friemelei, deswegen habe ich es euch einfach erspart. Letztendlich optimal ist halt, wenn ihr so einen Parisienne-Ausstecher oder so einen Tomatenstrunk-Ausstecher habt, weil dann könnt ihr da schön reingehen. Hat natürlich nicht jeder daheim, ist mir völlig klar. Alternativ einfach wirklich einen scharfkantigen Löffel mit einem kleinen Messer ein bisschen ansägen und dann aushöhlen ganz vorsichtig, ist überhaupt kein Problem. Falls euch das mal passiert, so wie mir hier, dass ihr unten ein bisschen durchstoßt, das heißt, dass da ein Loch entsteht, macht überhaupt nichts. Legt einfach den Tropfen wieder rein, dass es unten ein bisschen zu ist. Wir setzen es eh in die Reine, macht überhaupt nichts aus. Gut, also die zwei Zwiebeln, dann haben wir hier das ausgehöhlte. Pfanne habe ich schon mal vorgeheizt. Das hacke ich jetzt einfach nochmal ein bisschen kleiner und dann kommt es auch schon rein in die Pfanne, ist jetzt auch schon angegart. Tendenziell wird das jetzt ein bisschen zu viel sein für die Füllung, macht aber nichts. Das kann man einfach oben drüber bröseln. So, jetzt habe ich hier einen Räuchertofu, den bröseln wir auch direkt mit rein. Einfach grob reinbröseln. Immer schön mit den Händen arbeiten und eine Sauerei machen, so wie ich immer bin ich ganz groß drin, wie ihr ja wahrscheinlich in den anderen Videos auch schon gesehen habt. So, ein bisschen Öl brauchen wir. Natürlich Olivenöl nehme ich da her. Und hier auch wieder das Schwenken ganz gut, um die Temperatur ein bisschen nach unten zu bringen, wenn das Öl reinkommt. Und wie ihr auch gesehen habt, ich habe das Öl jetzt erst drüber gegossen. Das mache ich immer ganz gerne, weil Olivenöl ab 180 Grad einfach den Rauchpunkt erreicht. Heißt, da entstehen die Stoffe, die wir nicht mitessen wollen. Bis 180 Grad geht das aber super. Und wenn ihr zuerst das Gargut in die Pfanne macht und dann erst das Öl drüber, dann berührt das Öl immer nicht direkt die Pfanne und raucht ab, sondern es hat einfach ein bisschen mehr Zeit sozusagen. So, jetzt machen wir unsere Soutöse da hinten auch mal heiß. Für das zweite Rezept, die gepickelten Zwiebeln. Auch ganz simpel. Halb Apfelessig, halb Brühe. Und das erhitze ich jetzt einmal. So, hier zu unserer Füllung mache ich jetzt gleich schon mal ein bisschen Petersilie. Der Ofen ist übrigens vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Da habe ich noch ein bisschen vegane Butter, kommt auch noch mit dazu. Könnt ihr auch weglassen, wenn ihr sagt, ist mir zu viel Fett. Das müsst ihr immer so anpassen, wie es für euch passt. Die meisten Gerichte, die ich koche, sage ich immer, sind auf die große Matte ausgelegt. Das heißt, mein geistiges Beispiel dabei ist immer, wenn ich mir 100 Leute von draußen schnappe, die mit vegan überhaupt nichts am Hut haben, wenn die mein Essen essen, sollen sie einfach sagen, das ist mega lecker. Und nachdem die meisten Menschen da draußen einfach nicht gerade fettreduziert essen, verwende ich ganz gerne auch mal ein bisschen mehr. Für die Alltagsküche muss man es natürlich reduzieren. Und deswegen macht es einfach, wie gesagt, wie das für euch passt. Pfeffer. Ansonsten könnt ihr Rosmarin reinmachen, was auch immer. Seid ihr komplett frei. So, mit dem Rest der Brühe und Mandelmus habe ich hier, rühren wir uns so eine kleine Sahne. Ihr könntet jetzt auch eine Hafer- oder eine Seasahne verwenden. Würde genauso auch funktionieren. Im Schneebesen oder im Mixer würde es ein bisschen schneller gehen und auch homogener werden. Ihr könntet jetzt theoretisch auch schon hier mit drauf kippen. Würde auch funktionieren. Wir drehen es ein bisschen um. Zum Glück ist die Küche groß genug für meinen Saustall. So, optimal. Lasst ihr es jetzt ein bisschen runterkühlen. Ihr seht, es ist jetzt auch ein bisschen gröber, ein bisschen feiner. So eine schöne Mischung. Das müsst ihr einfach machen, wie das für euch dann passt. Und dann wird ihr einfach gefüllt. Wenn ihr keine Lust jetzt auf Tofu habt, ihr könnt auch Tempeh verwenden. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt kein Soja essen oder nicht so oft, dann könnt ihr auch ein Tempeh aus Bohnen oder Kichererbsen verwenden. Das ist alles möglich. So, einmal. Ich habe schon ein bisschen Öl drinnen hier. Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt hier auf diese Zwiebel-Füll-Geschichte keine Lust. Ihr könnt das natürlich mit anderem Gemüse auch machen. Eine gefüllte Paprika, gleiches Prinzip. Funktioniert ja auch wunderbar. Also auch wieder saisonal super anpassbar. Habt ihr aber eh dann auch in den Rezepten mit drinnen. Einfach schön. Wird ihr vielleicht direkt nebeneinander in die Reine setzen. Und was ich jetzt mache, dass ich von dieser Sahne da einfach ein bisschen was drüber laufen lasse. Zack. Und dann ab in den Ofen. Sieht jetzt schon mega aus. Ja, mindestens 15 Minuten. Schaut ein bisschen auf die Farbe. Letztendlich gar ist es ja schon alles. Es soll halt ein bisschen schön braun sein. Ein paar Röstaromen von der Zwiebel dürfen sich da entwickeln. Und man könnte jetzt auch 5 bis 10 Minuten normal laufen lassen und dann den Grill drauf packen. Müsst ihr einfach schauen, was euch passt. So, hier habe ich hier Lorbeer. Machen wir hier mal das Feuer aus, bevor ich mich verbrenne. Lorbeer, Senfsaat und Wacholder. Machen wir einfach direkt mit rein. Dann habe ich hier getrocknete Tomaten fein gewürfelt. Ist auch immer mega lecker bei so gepickelten Geschichten. Datteln würden genauso auch funktionieren als Süßungsmittel. Ihr könnt auch mischen. Habt ihr dann eh in den Rezepten auch. Wichtig, dass es halt einmal schön aufkocht. Und was ich dann ganz gern mache, ist, dass ich die Zwiebeln auch noch einmal mit aufkochen lasse da drinnen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also wirklich keine Rocket Science. Funktioniert mit Lauch, funktioniert mit Schalotten, ganz oder halbiert auch wunderbar. Ihr könnt es einfärben noch mit einer Scheibe roten Beete mit drinnen. Macht es mediterran mit Rosmarin oder anderen Gewürzen. Komplett alles möglich. So, das koche ich jetzt noch einmal auf. Lass es dann ein bisschen ziehen. Beim Abfüllen sehen wir uns gleich wieder und dann dürfen die auch schon fertig sein. Bis gleich. So, weiter geht's mit den Zwiebeln. Die sind fertig. Ihr habt gerade schon nachgeschaut. Das passt auch. Dann holen wir es gleich mal raus. Wunderschön. Ja, oben schön braun. Man könnte es jetzt noch theoretisch zwei, drei Minütchen länger drin lassen. Aber ich war ungeduldig. Unten ist es so ein bisschen angebraten und knusprig auch. Kann man natürlich auch mit essen. Ich setze jetzt einfach mal eine drauf, damit ihr die in voller Pracht seht. Eis. Also, ich finde es super schön. Sieht man halt auch nicht jeden Tag auf dem Teller. Dazu schöne Soße. Das Püree zum Beispiel. Ein schönes Kartoffelpüree oder ein Selleriepüree. Einen schönen Salat dazu. Passt wunderbar. Das, was hier überbleibt von der Füllung, das ist ganz normal, dass das immer passiert. Pack das einfach noch mit drauf auf den Teller. Ich sage immer, das schaut mittelmäßig hübsch aus, aber lecker ist es allemal. Und für unsere Zwiebelchen. Das hat jetzt ein bisschen durchgezogen und deswegen nehme ich hier auch die roten Zwiebeln. Weil es natürlich im Sud sich auch ein bisschen widerspiegelt die Farbe. Vor allem, wenn das noch ein bisschen mehr durchgezogen ist. Und ich habe es hier jetzt einfach mit meinem Einfülltrichter. Wenn ihr den nicht habt, müsst ihr es halt vorsichtig Löffel für Löffel hier einfüllen. Wichtig ist, dass es halt heiß abgefüllt wird. Dann, wenn ihr einen Deckel drauf macht, entsteht da ganz normales Vakuum. Und dann einfach runterkühlen lassen eben. Dann entsteht erst das Vakuum. Hält sich echt sehr sehr lange. Also monatelang haltbar. Wenn es geöffnet ist, dann natürlich im Kühlschrank lagern. Und ihr habt einfach immer, egal ob ihr einen Burger macht, einen schönen Salat, irgendwas. Diese schönen Essigzwiebelchen oben drauf. Ist so schnell gemacht. Mega lecker. Das Prinzip, glaube ich, vom Abfüllen war auch klar. Ja, ich würde sagen, probiert es aus. Lasst es euch schmecken. Viel Freude dabei. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten gibt es nächste Woche wieder ein schönes weiteres Video mit einer anderen saisonalen Gemüsesorte. Wenn ihr Lust drauf habt, abonniert gerne den Kanal. Rezept zu den beiden Sachen wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch von Herzen viel Freude beim Nachmachen.